Hallo, ich bin Zelda Matzen. Ich möchte mich und meine Arbeit kurz vorstellen. Dafür machen wir einen gemeinsamen Spaziergang. Bleib kurz stehen und schau hoch. Das ist ein Bild direkt aus meiner Fantasie. Gefällt es dir? Oder ist es dir zu kitschig? Meine Fans lieben es. Jetzt kannst du weitergehen. Geh durch den Tunnel. Oh, was ist das? Ich gehe schauen. Ah, das ist Sören aus Dänemark. Unser strengster Test-User. Ihr löst ein Rätsel. Ich bin Mitbegründerin der Firma NeuroX. Wir kreieren Welten. Es geht uns um Verbindungen. Um die Verbindung von innen nach außen. Um die Verbindung von außen nach innen. Für uns arbeiten coole Leute und coole Technik. Oh, der McGillie. Ich liebe ihn. Deshalb hat das Spielsystem ihn hier generiert. Zusammen mit meinem Hirn. Es ist immer spannend. Man weiß nie, was als nächstes kommt. Ah, das ist Kuchisake Onna. Meine Freundin Ryuko hat mir von ihr erzählt. Deshalb ist sie da. Kuchisake ist ein Dämon. Sie ist voller Zorn. Brille weg. Brille an. Oh nein, Kuchisake ist immer noch da. Hallo, Kuchisake. Was will sie wohl? Das kann manchmal dann auch hart werden. Ich habe ein bisschen Angst. Huhu, Kuchisake. Hallo? Nein, bitte nicht. Kuchisake? Ja, ich gehe mal weiter. Manchmal ist das erschreckend auch. Aber wir User wollen das. Manchmal passiert auch nichts. Wie jetzt. Dann muss man warten, bis die Verbindung steht. Ah, jetzt. Und die Welt verwandelt sich. Und zeigt dir etwas. Das zu schön ist. Zu schön, fast. Ja, das wäre es gewesen. Das hier ist mein Bruder Kasper. Ich liebe ihn. Wir kommen übrigens jetzt nach Zürich. Komm zu uns. Besuch uns. Wir haben eine Gamezone eingerichtet im Kreis 5. Komm in unsere Gamezone. Komm zu NeuroX. Der Polder. Das Game. Ab 24. Oktober in Zürich. www.derpolder.com